Sport tut uns sicherlich allen gut und die Freude an der Bewegung und vor allem das Kennenlernen von Sieg und Niederlage, glaube ich, soll nicht nur uns, all jenen, die komplett gesund und mit allen Funktionen auf die Welt kommen, mit dem Glück, das wir da haben, soll es nicht nur uns möglich sein, diese Erfahrungen zu machen und genau aus dem Grund engagiere mich für die Special Olympics. 2017 haben wir in Schlaminger den großen Bewerb und trotz meiner Weltcup-Saison werde ich mir natürlich auf jeden Fall den ein oder anderen Bewerb anschauen. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Ciao!